Ich habe die Flagge tot. Ich habe die Flagge tot. Obergeist. Komm schon Leute, Buffs, Tisch, alles. Wir brauchen alles. Ja, steht eigentlich alles. Äh, Roshi macht FC. Alles klar. Kevin. Kevin. Nein, auf keinen Fall. Fuchs war echt der beste FC ever. Ich habe es ja am längsten gehabt. Ja. Aber wir kriegen, wir können unser Cap diesmal vollbekommen. Alter, wie viel Höllenfeuer ist denn da? Hier geht die Party, eindeutig. Also, okay. Wer hat Plan von RPG? Ich bin sehr gespannt. Er ist schon mal aufmountain. Oh Gott, das wird so ein Fail. Ja, einfach aus komplette Gruppe reinreiten und die Flagge holen, oder? Oder zergen auf der Brücke. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die werden uns hart zergen. Oder besuchen wir die Schlachterei. Guck mal, wie eng die zusammenreiten. Siehst du das? Ja. Das ist richtig eine Gruppe. Oh Gott. Ah ja. Jetzt suchen sie dann einen Target und der ist sofort tot. Das ist wahrscheinlich Ley-Ley. Guck mal, wie sie uns abfangen. Siehst du das? Siehst du das? Die gehen nicht rein und holen die Flagge oder so einen Scheiß. Geht auf ihre Heiler, Leute. Wenn sie haben. Sprach der Buhn und geht auf den Jäger. Kicken, silencen, schieben. Damage-Makro. Damage-Makro activated. Und da heilt er sich von der Priest. Der Priest muss weg. Oh, der ist schon weg. Zerg sie um. Roshi hat die Flagge. Roshi, zieh. Du bist schon zu erwarten, Roshi. Lauf, Bro. Leck sind die gut. Ey, die haben noch einen Heiler. Aber mich erachten sie nicht als wertvoll. Mich reifen sie kaum an. Ich entwerfe jetzt mal den Hunter. Oh, jetzt bin ich der so irgendwie. Leck ist da die Hölle los. Jetzt läuft er ganz anders da ab, als in unserem normalen WG. Ah ja, natürlich. Was habe ich dem gesagt? Leck, so macht es gleich viel mehr Spaß. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt an einem verkackten RBG bin und aus dem Maul kriege. Ich habe mir schon oft gedacht, oh, das wäre ja lustig. Oh, und da kommen die Heels. Wer heilt denn hier noch? Ach, der Duden da hinten. Er wird jetzt mal geblendet. Das war hart. Oh, ich muss banischen. Nein, ich kann nicht banischen. Nein. Wo ist der Roshi? Er schreit zu Hilfe. Er ist in der Mitte von der Map. Hilf ihm. Der darf denn Roshi. Oberste Primo. Ich sehe ihn. Lele ist bei ihm. Hey, Lele ist bester Priest der EU. Ohne Scheisse. Oh, die ganze Horde reint zu ihm. Roshi, zieh. Du schaust es, zieh. Glaub an dich, Roshi. Glaub an Moonpunts World. Lass meine Traum wahr werden. Zieh, Roshi. Alter, Instant Down. Ist das verrückt. Oh, Mann, die Horde schon so lange. Jetzt ratsch mal. Hey, die waren noch alle dabei bei uns. Nee, einer schalt hoch und hat sie geholt. Ist ja kein Hexenwerk. Bei uns Noobs. Und da Warrek. Warrek, Lordaeron. Mach Lordaeron stolz. Ich komme und hilf dich, Bro. Ich bin on the way. Tja, Kevin, so kann es gehen. Alter, und uns. Schau, wie die da halt echt alle als Grupp bereiten. Ja, eben. Aber wir jetzt auch. Wir sind alle bei Warrek. Bro, wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir, Bro. Alter, macht das Spaß. Und dann lass dir die Flagge fallen. Wo ist Roshi? Nimm sie auf, Roshi. Zieh, Roshi. Oh! Da geht er rein! Da geht er rein! Hast du es gesehen, wie er rein ist? Er denkt, er ist Gott. Er denkt, er kann alles schaffen. Ich habe ihn angestachelt mit meiner inspirierenden Rede. Der Priester ist von denen down. Hey, der Priester stirbt schnell von denen. Das muss man echt mal sagen. Ja. Wahrscheinlich haben sie da so einen 0815 Gammler aufgelesen. Mit Sicherheit. Oder wir fokussen gut. Aber der Dudu, der Heal-Dudu von ihnen, der hopst hier immer im Gebüsch rum und so. Der ist clever. Wo ist der? Hier hinten. Blu-Reif. Jetzt stirbt er auch. Illumin-Illuminar. Ich komme. Silence. Yeah! Silence, Bro! OP! Siehst du, er stirbt? Siehst du? Nice. Fuchs, du bist so OP, Fuchs. Fuchs, ich will ein Kind von dir. Jetzt gehen wir auch noch auf den. Komm. Auf die Eune. Ich bin dabei, aber ich wurde irgendwo ja geführt. Während sie schon wieder unsere Flagge abgeben, gell? Down? Das ist ein Gezerge. Soll ich nur auf den? Das ist völlig sinnlos, dass wir die jetzt töten, während sie die schinten nur Zeitgraden. Ich glaube, das macht doch nichts. Hauptsache, wir fühlen uns mächtig, weil wir sie mal gespielt haben. Sieben, ja. Nein, sind wir strong. Und ich mache noch mal an der Schatten an für den letzten Hexie hier. Was hält dir aus, der Hexie? Ah, der SOP! Ey, der hat sich jetzt folgt, halt. Schau da mal. Da ist ein Damage-Makro. Krieg Schurkenhandel. GoPro. Sieh! Alles klar. Alter, was ist denn? Er ist unbesiegbar. Mit solchen Leuten muss man RBG machen, ey. Not bad. Mit solchen Leuten müssen wir Arena machen. Mit solchen Leuten müssen wir einfach alles machen. Holst Fähnchen? Schreibt Lele. Wo ist Fähnchen? In der Mitte läuft's. Oh, wir werden jetzt zurückzucken. Nein! Oh, jetzt hätte ich ihn so schön CC'n können. Fünf Combo-Punkte ready. Komm schon! Lass mich hier raus. Ich bin ein Buen, lass mich hier raus. Da ist er CC. In your going down. Jetzt bin ich gestillt. Nein. Da, da volles Leben. Hand auflegen. Das macht Varek. Postet irgendwas. Varek, konzentrier dich auf das Spiel! Kannst du nur jetzt was posten? Ist das ein Chaos? Wir sind sowas von undiszipliniert hier. Jeder macht irgendeinen Scheiß. Mich eingeschlossen. Ich bin 45 Sekunden lang tot. Was? Ja. Jetzt reicht's aber, Fuchs. Du faules Stück. Komm, gefällst zurück. Oh, ich bin betäumt. Ich bin tiefgefroren. Lele heilt alles weg, was auf mich einprasselt. Alter, Lele hat wieder... So, ich hab schon gedacht, der hat jetzt wieder irgendwas Krankes gemacht und hat jetzt wieder volles Leben. Jetzt darf ich noch mal 45 Sekunden warten, weil ich Escape-Druck hab. Nein. Alter. Die Horde siegt. Haben wir trotzdem was gekriegt? 20 Ehrenpunkte. 3, 4. 10, 0. Oh, Schneeweiß hat Schlachtfeldwerdung. Warum? Check ich nicht. Ah, jetzt will ich mal gucken, was Lele geheilt hat. Die denken sich wahrscheinlich... 0, 0. Ach, den ist auch Diszi. Patki. Nice, Fuchs. Hat Spaß gemacht. Next round. Herrlich, da kommt das Asper-Spray. Da kommt das Asper-Spray, ja. Also, jetzt müssen wir ein paar Leute ausladen. Jetzt gibt's aufs Maul. Aber richtig. Let's go. Ja, das ist halt ein Scheiß jetzt. Als RPG. Hm. Was meinst, was das jetzt für ein Getrie ist? Ja, jetzt müssten wir halt... Wir bräuchten jetzt halt echt ein bisschen eine Taktik, wo wir zuerst hingehen und so. Also, ich glaube, es wäre ganz praktisch, wenn wir die Weiche bei Wasser umstellen, dass eine hochfährt. Und die Lava auch umstellen, dass sie hochfahren. Aber das wird halt knifflig. Malcox schreibt, Roshi geht ganz hoch und der Rest runter zu Lava. Aber soll Roshi alleine da oben? Roshi schreibt, wenn was oben ist, dann trennen wir welche hoch. Alles klar. Dann machen wir's doch. Probieren wir's doch einfach mal so. Malcox hat, hat mir vorhin gesagt, er hat viel Ahnung von Rated BG. Roshi, dann gehst du zu dem Wasser hoch und wir zerken bei der Lava. Oh Mann, das gibt was. Ich glaube, da muss ich Skelett-Pony auspacken. Meinst du? Wo ist der Kevin? Kevin, du wirst jetzt verflucht vom Skelett-Pony. Los, Kevin. Der Fluch trifft dich. Tüttel, 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 tüttel. Boah, was ich halt machen könnte, wäre diese Unsichtbarkeit, wenn wir alle so schön zusammen sind. Aber geht halt nicht im Reiten. da kommen schon alle. Unverängstigt und was weiß ich. Und die Healer fallen. Zwar nicht so richtig, aber ein bisschen immerhin. Kommt schon. Hey, der Parler war gerade fast down. Oh nein! Oh Gott, ich werde nur noch rumgeführt. Wahrscheinlich in the Priest. Der hält sich gut am Leben hier. Ja. Hast du schon mal in Silence reingedrückt? Ja, du hast mein Ding. Wenn du Schaden bekommst, mein Marco. Okay, du hast Schurkenhandel? Ah! Oh, die Tentakel sind ja natürlich gut schon creased. Und ich mach sie mit kaputt. Da kann ich natürlich nicht drauf. Weißt du, da lernst mal, oder siehst mal wieder richtig, was wir eigentlich für PvP-Loop sind. Warum? Weil es gibt einfach so viel, was wir in der Arena noch nicht gelernt haben. Und da wird die Mine rot. Die Lore. Bitte. Alle drei haben sie. Guck mal. Ich guck mal beim Wasser. Okay. Und ich stell mal jetzt die Weiche um, dass die dann hochfährt. Ach, jetzt ist sie schon drin. Fickende Ficke. Sie kommen da unten, Bro, da unten. Wo? In der Mitte. Ist grad jemand an mir durchgeritten, nach oben. Ich bin Bewegungsunfähig. Und tot. Und da kommt der Instant Rest. Ah, da ist ein Swagg dabei. Jetzt hätte ich mir eigentlich auf Deck. Komm schon, wenn ich... Ah, ist das? Komm schon. Da hast du's jetzt seht. Tauberraum, alles. Nice, 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 nice. Oh, da kommt der Wachy. Ja, da zieht ihn der Dekar zurück. Oh, war geil. Okay, wir haben ein neues Ziel für dieses RBG, meine lieben Freunde. Okay. Wir wollen nur eine Mine erobern. Nur eine Lore. Und wenn wir Glück haben lassen, lassen sie uns sogar diese eine. Weil wir noch so dumm sind und alle dabei stehen bleiben, damit sie die anderen beiden kriegen. Oh, oh. Das ist meine Lore. Geh weg. Fist dich, Krieger. Geh weg. Oh, jetzt kommen sie alle. Nicht mal diese eine wollen sie uns gönnen. Ich bin da auch. Sehr gut. Wir haben einen Hühler hier oben. Das ist nicht gut. Ah, da komm ich nochmal vor. Mit dem letzten Leben, das ich hab. Und da springen wir runter. Warum hat er das jetzt gemacht? Wahrscheinlich um sich zu retten. Nein. Nicht. Nicht sterben. Ah. Ich bin tot. Ich will doch nur eine Lore. Komm schon, Moonboon. Namensdieb. Bei der Lava. Schnapp sie dir, Bro. Schnapp sie dir, Tiger. Ich glaube an dich. Ich glaube an den Namen. Oh, da ist er am Kämpfen, Moonboon. Zieh! Das ist Hallo. Ja, ja. Ich weiß. Oder Hilo. Hier, hallo. Oh. Florianus schreibt, Muni, ich rette dich. Wie sieht's aus? Ich glaube, das schaffen wir nicht bei der Lava. Nein, nein. Nein. Aber vielleicht hinten, Wasser. Was ist hinten? Nein, die ist zu spät. Die sind alle zu spät. Mitte könnte man umpacken. Ja. Ja, meine ich ja. Mitte. Mitte ist Stein. Ist nicht Wasser. Wasser ist oben. Komm, die kriegen wir. Die kriegen wir easy. Aber ich glaube, der hat schon Verstärkung gerufen. Diese Zeit gewinnen. Diese cleveren Füchse. Oh, leck. Bleibst du draußen hier. Bleibst du draußen. Ah, geführt. Das gibt's doch nicht. Geigenzauber. Und CC. Und da kommt er trotzdem wieder raus. Lieb geworden. Und der Schurkel gibt mir hart aufgefräst. Unterwehren. Und da kommt er. Stirb schweigen. Nice. Sie, bro. Du hast schweigen Handel, jetzt wo keiner da ist. Sehr gut. Benutze ihn weise. Oh, wir haben eine Lora. Aber die haben gewonnen. Es ist vorbei. Nein! Ja, ich habe einen Todesstoß. Nicht eine einzige Lohre haben wir reingekriegt. Nicht eine. Aber die werden sich auch was denken, wenn wir alle kein Rating haben. Die werden sich denken, da ist ein Moon Moon oder ein Boon Moon in der Gruppe. Was ist das für ein Käse? Spannend, spannend. Nice. Sind die anderen jetzt auch eingetrödelt? Ja, wir sind alle da, glaube ich. Sehr gut. Also, wie machen wir das Fuchs? Stell die, sag an. Wie viele Leute sind wir? Zehn. Zwei Mime, zwei Ställe, zwei Schmiede, zwei Sägewerk. Im Hof können wir das drüben haben. Bin ich zu laut? Rorsch, ich sagte, ich bin voll laut. Nee, also bei mir bist du nicht laut. Aber du hast mich... Achso, ja doch. Ja, okay, dann passt. Ja, Säge... Sägestelle, Schmiede, würde ich auch sagen. Ah, Marlock sagt Mine und Schmiede. Hm. Würde ich jetzt auch ein bisschen schöner finden. Also gut, dann Mine. Mine und Schmiede. Also, Mine gefällt mir sowieso immer gut. Mit dem Sägewerk kann ich mich einfach nicht identifizieren. Schmiede. Okay, wer geht alles Schmiede? Ja, gehen wir doch gleich mal zur Schmiede. Okay, dann nimmt jemand einen Stall ein. Und jeder rennt ja irgendwo hin. Na, natürlich rennt ich hier. Was denkst du denn? Ich schwimme ja erstmal gegen den Wasserfall. Ich auch. Ich bin... Ich klebe an deinem Hintern, Bro. Ich mache einen auf Jesus und gehe übers Wasser. Oh, ja, Baby. That's right. Oh, da tappen sie. Wir müssen es verhindern. Verhindert das Tappen. Nice. Da geht er in seine... Angstblase. Ist das von hier, will ich hoffen? Die Kugel? Ja. Der Priest ist down. Jetzt ist der Dekat dran. Nicht schaffe. Nee. Er unterbringt noch zu hart. Ich bin entwaffnet. Und tappen, 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 tappen. Nice. Und sägen haben sie. Wir haben. Was ist bei Miene los? Was ist bei Miene los? Ansage? Miene gehört heute. Oh, fuck. War ja klar eigentlich, oder? Das wäre ja auch so schön gewesen, um wahr zu sein. Miene ist... Wir können... Wir können auch... Ich hole mal ein Ding hinten. Nein. Du gehst nicht Hof. Da steht bloß einer. Da steht nur einer. Ja. Komm mit, Bro. Und dann holen sie Schmiede in der Zeit. Hast du noch nie Arati gespielt? Noch nie? Ich habe eine Oldie dabei. Das schaffen wir schon. Okay. Ihr macht das. Ich bleibe bei Schmiede. Okay. Die holen übrigens auch Stelle. Ich glaube, das ist schnell vorbei. Stelle 2 bis 3. Hä? Wenn wir zu zweit an der Schmiede bleiben? Ihr kriegt das ja hin. Den Rest. Also ich glaube, dass... Nee, da kommt nur einer. Aber ich glaube, dass ihr eher hättet bei Stelle jetzt helfen müssen. Statt jetzt Hof zu gehen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Neben dem Hof kommen gerade noch. Aber das heißt, ihr lauft einfach spazieren. Dann werden wir geschlachtet werden. Okay, Bro. Guter Plan. So machen wir es. Ja, weil der hinten noch in die K kommt. Der kommt nämlich jetzt hoch. Oh. Die K, oh. Oh. Nix, 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 nix. Weiche vomiröser Geist. Stahl, Inks, Stahl. Guck mal. Guck mal. Im Dings im Chat. Stahl, Stahl. Misch den hier rum zu zehnt. Und trinkt einen Kaffee. Los. Stell, der Fuchs. Was ist denn da oben eigentlich los? Das ist, glaube ich, ja, bloß einer. Heisenberg und Eugen. Hi, Eule. Kick den bitte runter. Obwohl. Aha, der macht es klug. Der macht es klug. Da oben? Nee. Ach, Olek. Die sind so zwei, dritt, viert, fünft. Hi, Muni. Eule, ich gebe dir jetzt langsam einen Fall. Und dann holen wir uns unten die Mine. Du weißt, dass die Eule das irgendwie 30 Sekunden verzögert sieht oder so? Ach, stimmt ja. Aus dem ist jetzt Stall clear. Das heißt, die ganze Horde wird gleich irgendwo geballt auflaufen. Wie sieht es aus bei Mine? Wie viele sind da? Ähm, es sind auch welche von uns. Könnte man schaffen. Ja, aber wie... Oh ja, oh, oh, wir kriegen Verstärkung. Nice. Aber wie viele Horde sind da? Ach, auch ein paar. Das macht nix. Die kriegen wir auch schon. Ja, ihr schafft das, Bro. Ich glaube an euch. Natürlich. Aber liegt das als Schurke, der kann nix. For the win. Meine Tastatur hat man immer deutlich. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Langsamer Fall von Fuchs. Nicht vertrauenswürdig. Der Kevin hat immer was zu nörgeln. Erinnert sich an die letzte Arena-Folge. Weißt du noch? Wo wir vom Bisschen gestürzt sind. Wir hätten da unten gerade die Dinge fast gehabt. Ihr seid noch dran, oder? Ja, aber jetzt sind es... Jetzt haben sie uns überrollt. Aber ich gehe wieder mit runter. Du klärst das Fuchs. Ob ich das klär, das weiß ich nicht. Die Mine ist machbar. Ich gehe jetzt auch mal rüber. Schmiede ist nix los. Ja, komm mit runter. Komm, komm, komm. Ich habe einen langsamer Fall. Ich brauche keinen langsamer Fall. Ich bin Schurke. Und das heißt? Ich kann runterspringen. Ach so, okay. Ich lasse es halt in Hila allein bei der Schmiede. Das ist ein guter Plan. Ich sollte nur ungefähr auf jemandem landen. Das wäre nice. Jetzt wäre es doof, unterzugehen. Ich bin schon unten. Wann endet deine Bubble, Parla? Jetzt endet deine Bubble. Wir kommen wieder zu dritt mit Verstärkung. Eule und Lele. Ah, die haben zu viele Healer hier. Oh Gott, ich stirb. Aber einen netten Jump habe ich gemacht. Ich bin nicht mal auf dem Boden aufgekommen. Gut. Da war ich schon hinter dem Gegner. Alter, ist das da heftig. Tod. Tod. Wie sieht es aus bei Schmiede? Schmiede, save. Ach, respawn bitte SW, schreibt er. Ja, so schlecht schaut es bei uns gar nicht aus. Aber er hat recht. Wenn wir jetzt alle SW gehen, darauf sind sie nicht vorbereitet. Ach, Sägewerk, ja. Ja, ja. Sägewerk! Was macht er? Er geht Hof. Sagt zu unserer... Wir sollen Säge gehen und er rät zum Hof. Der kleine Schlingel. Da machst du Wasser. Da muss ich dir das Einzige. Ja, ich mach mich jetzt verstohlen. Ich klär das. Ich tapp jetzt, das kriegen die nicht mal mit. Oh, ich häng am Zauern fest. Ich komm auch zu dir. Okay, Fuchs, du nicht. Gegen DC und Pala. Das kriegen wir hin, komm. Lele kommt auch mit. Nice! Die Eule ist auch dabei, Schneeweiß. Die sind echt nur zu zweit hier oben. Die haben am Sack. Die Eule kann sie kicken. Von wo kommt ihr? Von... Ah ja, okay. Von unten. Oh! Ihr müsst den Pala angreifen. Ich zapp den... Die ist die. Alles klar. Nice! Ich hab ihn im Griff. Kriegt der den Pala? Das weiß ich noch nicht. Ah, jetzt kann er babbeln. Die sind nur zu zweit hier oben. Die waren nur zu zweit. Willst du etwa sagen, ich bin ein Lügner oder was? Nehm. Oh! Da will mich jemand runterkicken. Und ich hab mir gerade noch einen langsam Fall angeregt. Und ich flieg genau zu die Stelle. Nice! Link! Schild an! Schild an! Hey, da hat er noch einen Schaden. Wo kommen denn die alle? Weißt du das da von Priest? Das ist schon wieder... Ja, schon wieder kommt ein Pala. Schade, schade, schade. Die stellen sich clever hin. Das gefällt mir. Das muss man auch so machen. Das freut mich, wenn es dick freut, Muni. Das ist... Ne, die machen das echt gut. Weißt du, der Healer stellt sich ganz nah an die Kante. Und der Shami stellt sich zu der Fahne. Und du willst ja automatisch zum Healer laufen als Mili, um den anzugreifen. Das heißt, du läufst zwischen den Shami und die Klippe, dass er dich kicken kann. Das stimmt, ja. Die machen das intuitiv, machen die das so. Sowas will ich können, Fuchs. Automatisch. Aber du bist halt leider kein Shami. Fah! Oh, jetzt, jetzt kickt er mich! Jetzt kickt er mich! Jetzt kickt er mich! Nein, kicke ich nicht. Ich krieg einen Engel von Lele. Oder von Patti. Ich weiß nicht, wer wer ist. Ich bin verwirrt. Du kriegst mal einen Blend. Warte, ich komm zu dir hoch. Oh, und dann geht gar nichts. Vor ihm zur Parla hat 1000 Rauben am Arsch. Wie schaut's oben nur aus? Gut? Quatsch, das kannst du knicken. Geht lieber mit der Mine. Huhn, Muni, komm. Geht lieber mit der Mine, Bro. Muni, halt durch. Die sind jetzt um 10.000, Fuchs. Vor allem haben sie, glaube ich, zwei Healer. Du hast langsamer Fallsprings runter. Okay, Bro, ich spreng. Ich bin down. Wo er mich hinkickt? Er kickt mich zur Mine runter. Wie OP ist das? Jeder, der ganzer Tag gleich verstärkt. Hey, warum haben die Stelle? Ach, Stelle ungedefft. Okay, das erklärt alles. Oh, holy moly. Und es steht trotzdem erst 800 zu 600. Wer rückt? Wenn ich mir das anschaue. Fräulein Sarah. Hallo, Fräulein Sarah. Willkommen im Stream. Fräulein Sarah, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Mir scheint, du schaust nicht unsere Arena-Videos. Ich habe dich schon so oft gegrüßt und nie nur einen Kommentar dafür bekommen. Jetzt bin ich ganz arg deprimiert. Wo soll ich hin, Fuchs? Der Tobi schreibt Schamane. Ja. Expo. Der Schamane ist okay. Der Tobi. Probe, regere in die Stelle. Ich bin schon da. Ich bin hinter dir. Nice. Macht dich unsichtbar. Oder was? Stimmt. Da ist niemand. Da ist niemand. Doch, da ist ein Schurke bestimmt. Wir könnten hier zu 6 einmarschieren. Da ist niemand. Nein, doch, da ist ein Schurke. Ja, natürlich ist das ein Schurke. Siegfroren. Damage-Makro. Schurkenhandel. Alles. Sieh. Und da kommt ein Parler. Und weh, der rettet ihn. Jetzt wäre er aber durchgetreten. Ganz ehrlich. Mein CC ist nicht bereit. Ich habe retappt. Ich habe retappt. Nice. Du bist der beste Fuchs. Jetzt gewinnen wir. Siegfroren. Der Parler ist doch auch gegen alles. Nicht gegen fieser Trick. Fräulein Sarah, ich kann dir vielleicht verzeihen, wenn du das nachholst, die Arena-Videos anzugucken. Die letzten zwei, drei. Da waren wir nämlich auf dem Gipfel der Gefühle. Wir könnten es echt gewinnen. Wir könnten es echt gewinnen. Quatsch. Wir müssen jetzt halt aushelfen, wo es geht, aber... Naras. Ich soll Naras grüßen. Hallo Naras. Bei Mine steht ja bloß einer rum und es ist ein Deal von uns. Dann gehe ich. Ich gehe. Ich gehe Mine. Mine, please, Inc. Ah! Dann bleibe ich mit der Euli da. Ich glaube, er ist schon down, oder? Pack die. Pack die halt durch! Pack die hat noch volles Leben. Er hat nur hingeschrieben, dass sie Verstärkungen kommen. Das ist ja clever. Ah ne, da ist tatsächlich Achille. Achille, der hat bestimmt eine Ferse. Okay, Minus-Safe. Noch. Wir haben drei Basen gegen irgendwelche Ober-Ultra-Pros. Oh! Jetzt hast du die Schmiede weg. Aber fast alle von uns sind da. Das kriegen sie. Komm, ich glaube an euch! Ich glaube an euch! Moonboons World, Fanboons, Fuchsboons, was auch immer ihr seid. Egal ob Fanboon oder Fuchsboon. Heute arbeiten wir zusammen. Und wir holen heute Nacht die Schmiede. Die Schmiede wird fallen. Sie wird der Allianz gehören. Holt sie euch! Zieht! Nach der Ansprache haben wir bestimmt gewonnen. Ich hab jetzt mal die Ställe verlassen. Ich hätte im Real Life doch eine Armee führen sollen. Warum hast du die Ställe verlassen? Da war es mir zu langweilig. Wir greifen jetzt einfach alle fünf Basen an. Ja, ich bin gerade mit Schneeweiß auf dem Weg zum Sägewerk. Nice! Es ist alles ready. Nice! Sind da viele oben. Oh lol! Oh lol! Und tschüss! Ja, Kevin ist offiziell der erste Fuchsboon, okay? Okay. Der erste Fuchsboon. Ja. Sägewerk sind echt zu viele. Er heißt übrigens gar nicht Pakti, er heißt Patki. Der Priest. Das T kommt zuerst. Ich wollte es nur korrigieren. Patki. Oh lol! Drück mal M. Oh lol! Schau mal die schönen Menschenmodels da außen rum an. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Noch nie aufgefallen. Das eine ist übrigens ein Untotenmodel. Nee. Doch, das rechte. Weil hier Menschen gegen Untote kämpfen. Sieht aber aus wie ein Nachtelf. Nachtelf. Oh, der Moonfuchs? Nein, Moonfuchs gibt's nicht. Ach ja, ist das schön. Oh lol! Sorry, Eule. Ich hab geblinkt. Fuchs, darf ich dir was vorsingen? Sing? I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a day. Even when I dream of you. The sweetest dream we'll never do cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a day. Und nebener wird der Dissi in den Anus gepistet. Komm her, Dissi. Go down. Schön besungen, Moonie. Er lockt uns voll hier von der Dings weg, von der Mine. Gleich hat er unten getappt. Stimmt. Hi, Bermi, hier ist nichts los. Das ist so langweilig, ich sag's dir. Die hab ich schon verloren, von dem her. Irgendwohin gehen. Auf geht's, Eule. Wir regeln jetzt mal. Ist bei der Mine was los, Moonie? Nope. Neb. Neb. Aber ich denke, sie könnten vielleicht eventuell gleich kommen. Der Dissi hat nur die Lage gecheckt, vermutlich. Aber es ist eh schon vorbei. 1, 4. Das schaffen wir nur noch, wenn wir alle fünf Basen holen. Stop. Der Schneeweiß springt runter. Ja, hier ist nix. Komm, springt rauf. Nein, ich bleib hier bei Patki. Zu deinem Riesendingst. Jetzt stehen wir alle da unten. Das heißt, Moonie wohnen auf. What the fuck? Holen uns Schmiede. Meint er mich oder meint er den anderen? Der meint uns alle. Wer ist denn bitte Exogaming? Ist das der Expo? Nicht, oder? Ne. Hallo Exogaming. Willkommen in der Hölle. Auf geht's, Lele. Wir holen uns jetzt die Spiegel. In der Hell. Ich sneak mich hier von hinten pervers ran. Wie das ausschaut, wenn die Eule da auf dem Jack so nebendran hockt. Als wäre es irgend so eine Figur. Herrlich. Noch 50 Punkte. Ne, 70. Dann haben sie gewonnen. Angriff. Getäubt. Damage Makro. Kugel. Damage Makro activated. Hast du einen Schuheckenhandel, Bro. Mach was draus. Hi. Achtung. Der Wari gewirbelt. Wari cc'd. Wari wird wieder aus irgendwelchen Quellen geheilt? Und ich stirb. Ja, ich bin noch vom Leben. Ohhhh. Sehr schönes BG. Sehr schön. 13.1 White Cowboy. Skullcrasher. Echt, jetzt heißen die so? Skullcrasher? Skullcrasher? Wo ist das Skullcrasher? Einen Tudelstöße ganz oben. Ach, das ist der Server. Skullcrasher. Nice. Moonclade. Oh, wir müssen auf Moonclade transen. Nee. Moonboot von Moonclade. Und bei uns, wie heißt sie bei uns? Weltraumwahl. Semeknödel. Schneeweiß. Skullcrasher. Skullcrasher. Semeknödel. Weltraumwahl. Schneeweiß. Ah, nice. GG.